Willkommen zurück zu Zelda Scrolls Online, dem Spiel mit besämtlichten Vampiren, Mia und Kalthafen, was eine sehr nette Gegend ist. Generell überhaupt, sorry, ich weiß überhaupt nicht, was ich jetzt machen soll. Doch, warte. Wie, ich habe keine Quest mehr. Was? Ich habe keine Quest mehr. Cool. Ich habe wirklich keine Quest mehr, die ich machen kann. Also ich habe keine Main Quest mehr. Das Spiel hört einfach auf. Ich habe keine Quest. Das ist ja auch irgendwie cool. Äh, gut. Ich habe keine Quest. Wer braucht doch auch schon Missionen? Völlig unnötig. Ha, kann man sich sparen. Na gut, ich reite da mal ein bisschen in der Gegend rum und gucke mich mal ein bisschen um. Tour is burning, ich würde mich über Skyrim freuen, aber auch über Oblivion. Ähm, das Ding ist, in Skyrim habe ich aktuell, ich habe Skyrim wirklich lang und breit durchgespielt. Ähm, ich habe in Skyrim noch Wheels of Lull. Wheels of Lull? Warum? Das ist ein Mod, den würde ich noch zu Ende spielen, aber irgendwie war ich da immer ein bisschen umniveau, den hat nicht so richtig Lust. Ja, ich soll mich jetzt gar nicht spielen. Na ja, hm. Weil der Mod ist auch komplett für Englisch, das heißt, ich muss immer die ganze Zeit immer übersetzen und muss immer so ein kleines Recap geben. Was am Ende des Dialogs ist, weil ich einfach damit rechne, dass der durchschnittliche Zuschauer kein Englisch kann und zumindest nicht flüssig. Hey, Fatahala. Ähm, der reden wir auch gleich. Und das, danach wollte ich, ich wollte, äh, danach, dann habe ich mir überlegt, wollte ich mal ein bisschen von Skyrim wecken. Ich wollte mir in, es gibt einen Fort New Vegas Mod, der nennt sich Projekt, Projekt Brasil, der hat mit Brasilien überhaupt nichts zu tun. Aber der heißt nun mal so. Den wollte ich mir noch mal angucken, der ist so ein bisschen größer und ich habe neulich auch eine längere Modliste zugeschickt bekommen, die wollte ich mir auch noch mal anschauen. Dafür müsste ich auch erstmal Skyrim, ach scheiße, ich muss vor Ort erstmal neue CD, jetzt habe ich komplett für die Platte rausgehauen. Ähm, ja, wie die muss sein, das ist so, die Zukunft, ist das halt eine komplette Firma-Stadt? Okay, ich bin interessiert. Fatahala, erzähl, was geht hier ab? Ich darf das nicht zulassen. Ich kann es nicht ertragen, noch jemanden sterben zu sehen. Oh, Stippons, dieser arme, arme Mann. Den habe ich doch neulich erst gerettet. Was denn jetzt schon wieder? Dieses Herrenhaus ist nicht das, was es scheint. Und jetzt ist der arme Stippons in seiner Umklammerung gefangen. Ohne Hilfe wird er sicher sterben, genau wie die anderen. Es wird gefährlich werden, aber vielleicht könnt ihr dort hinein und ihn zum Gehen bewegen, bevor es zu spät ist. Ähm, ja, ich spreche da mal mit Stippons. Ähm, mit alles gelöscht meine ich, dass ich das halt gerade nicht auf Platte habe, oder Fallout. Ich habe sicherlich noch irgendwo die Savecams rumliegen. Aber Fallout ist echt lange her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Das ist, ich habe, ich meine, ich habe jetzt, wie viele, 280 Folgen, eh so? Das sind 20 Minuten pro Folge. Und ich spiele eh so seit, naja, fast 10 Monaten. Ey, hier ist Wüste, hier ist Sand. Das ist ja cool. Sieht auf den zweiten Blick übrigens doch nicht so doll nach Twema aus, sondern eher so, äh, nach, wie heißen sie? Rotwardonen sind es, genau. Nach rotwardonischer Bauweise. Was übrigens auch einen sehr interessanten Kontrast gibt, so wie das hier aussieht. Ich mach mal ein Foto hier. Das war irgendwie weißer Stein und dann halt Eis. Naja, also, naja, Eis halt so das typische, wie Kalthafen halt aussieht. Das soll ein Herrenhaus sein? Naja, für mich sieht das eher aus wie eine Burg. So minimal. Oh, guck mal, drei Klingen. Ähm. Fluff, fluff. Und das Herrenhaus der Lustbarkeit. Molagba ist ein Meister aller Formen der Herrschaften, und man sterbt sich anschließend der Künstlende Illusion. Er versteht sich von selbst, dass der Herr der Gewalt die Lügen der Wahrheit vorzieht. Außer natürlich, die Wahrheit ist grausamer. Das ist jetzt hier also wie so ein Tausendeine-Nacht- Okay, das ist ein Tausendeine-Nacht-Ding. Coolio. Gast des Herrenhauses. Auch nicht schlecht. Nett ist es hier. Ne? Und so. Kann man durchreden? Grüße. Verdammt, ich stehe falsch rum. Ach, schön. So, reiche auch. Wir müssen ja auch eigentlich Stimme uns finden, nicht irgendwelche Gäste des Herrenhauses. Ich brauche noch was zu trinken, wie ein Knie im Pfeil. Den geht es ja scheinbar ganz gut noch bis jetzt. Aha. Ja, gut, das stimmt. Wir müssen uns das von Damen umgeben. Das ist ja interessant. Das war ja gleich wieder die Scheifer, Freyamai und Nuzura. Moment, hier redet man den. Ihr seht so angespannt aus. Ihr müsst euch ausruhen. Bitte genießt unsere Gastfreundschaft und lasst alle Sorgen hinter euch. Ja, das, äh, warum ist dieser Ort so friedlich? Warum sorgt ihr euch um das Wie und Warum in diesem Reich? Dieser Ort ist sicher. Wir werden all eure Wünsche und Bedürfnisse befriedigen. Was könnte ich euch noch mehr sagen? Aber ihr seht so dünn aus. Ihr müsst dringend etwas essen. Geht die Banketttafeln suchen und nehmt euch etwas. Äh, ja, sicherlich. Freie Ammer? Schaut euch nur an. Nur Haut und Knochen. Wir müssen euch wirklich aufpäppeln, bevor ihr zu nichts verkümmert. Normales Essen funktioniert bei mir nicht. Braucht Blut. Ignoriert mich einfach. Ihr scheint beschäftigt zu sein. Wir können später sprechen. Natürlich. Ja, wie kann dieser Ort ein Kalthafen existieren? Als ihr durch unsere Tore getreten seid, habt ihr die Grenzen des rauen Kalthafens hinter euch gelassen. Jetzt seid ihr unser willkommener Gast. Genießt es. Schließt euch später den Feierlichkeiten im Herrenhaus an. Fürs Erste könnt ihr etwas essen, euch in den Bädern entspannen und alle Sorgen vergessen. Ja, als ob. Na, Stibborns, Kommentare zu dem Thema? Schön, euch hier zu treffen, meine Freundin. Freut mich, euch wiederzusehen. Warum muss ich dich eigentlich jedes Mal aus den Fängen von irgendwelchen Frauen retten, die dir Böses wollen, mein lieber Stibborns? Warum? Ja, also, du schwebst nicht in tüttlicher Gefahr? Wohl kaum. Ich habe solche Verehrungen nicht mehr erfahren, Seite. Nun noch nie. Die Schwestern werden eine große Feier zu meinen Ehren ausrichten. Klingt das nicht aufregend? Ich werde mit Rayaima bei den Banketttafeln sein. Stellt euch nur Sarah und Shayaifa vor und gesellt euch danach zu mir. Ja, wie du wünschst. Du weißt, dass es hier noch einen Krieg gibt? Na, dann sprechen wir mal hier nochmal. Sieht ganz schön alt aus. Ja, blablabla. Essen? Ja, ich brauche mal noch Blut. Ich brauche Blut! Verdammt! Und kein Essen! Banketts bringen mir nix. Gaste, da noch? Ja, die sehen ganz schön fettig aus. Ja, die sehen auch irgendwie ganz schön weggetreten aus. Nicht so richtig... Na gut, sieht noch halbwegs fit aus. Naja, auch nicht. Mann, 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 Mann. Ich denke da eher an alle Bedürfnisse befriedigen. Was der heißt? Stibbons? Ja, wie Ponder Stibbons. Ja, ich muss auch die ganze Zeit an Ponder Stibbons denken, wenn ich den Namen höre. Aber er heißt tatsächlich scheinbar nur durch Zufall so. Bestimmt. Da hat kein Bethesda-Entwickler dran gedacht. Nehme ich mal stark an. Äh, da-da-da-da-da. So, Bankett. Ja. Hier fehlen um die Garaffen mit dem Blut, meine Freunde. Na gut, ich rede mal mit Stibbons. Rayaima setzt immer einen wunderbaren Brotaufstrich vor. Das Essen ist hervorragend. Sogar besser als meins, muss ich zugeben. War das gerade ein Agonia mit Haaren? Ähm... Ich sag mal nein. Eigentlich haben wir Agonia keine Haare mehr. Das sind Echsen, ne? Ähm, ja, wie bist du im Herrenhaus der Lustbarkeit gelandet? Durchaus. Achso, nee. Ja, genau. Erst mal fragen, was passiert ist, seit ich mich das letzte Mal gerettet habe. Nun, ich machte mich auf den Weg in die leere Stadt, genau wie wir es besprochen hatten. Und dann, äh, und dann bin ich hier gelandet. An den Rest kann ich mich nicht erinnern, fürchte ich. Ja, wie bist du denn hier gelandet? Ich bin mir nicht sicher. Ich muss hier hereingestolpert sein, nachdem ich von meiner teuren Fürstin Noron getrennt wurde. Aber ich kann mich nicht daran erinnern. Die Schwestern sind bisher sehr gut zu mir gewesen. Sie sind aufmerksam und sie hören mir zu. Sie scheinen sich sogar für das zu interessieren, was ich sage. Ja. Sicherlich. Ich trau dir nicht mit ihren spitzen Ohren. Äh, 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 äh. Hallo, äh, und so. Und so, ja, ja, genau, hm. Vor allen Dingen hat, ah, gut, das ist ein Mensch. So wie zum Thema Spiel zuordnen, na gut. So was soll ich jetzt noch machen? Ach, soll ich nochmal bei uns reden, oder? Ach, so mit drei. Nee, hm. Äh. Espermann-Catch spricht mit Ver... Ich möchte hier nichts essen. Wenn man was im Märchenreis isst, ist das mal für immer gefangen. Sprech mit mir, ich spreche jetzt mal mit... Wo ist dein Vater Haller jetzt? Vater, Vater Haller, Vater Haller, Vater Haller. Sie müssen hier nicht draußen stehen. Warte, Moment, wo ist denn... Äh? Hoch die Humpen! Theoretisch, Vater Haller war doch die, die draußen standen und gesagt hat, Ah, hier, ganz... Ach, komm, ich isst. Ja, nehmen wir halt mal so ein Schweinefleisch. Was hab ich das genommen? Ne? Was soll ich denn mit so einem Schweinefleisch? Weg damit! Hey, wie soll ich denn? Achso, essen. Ich glaube, es ist so wie eine dumme Idee. Im Märchen... Ach, verdammt. Ach, alle... Aha! Das ist ja nett. Ha, tja. Das erklärt so einiges. Und jetzt? Wisst ihr, was das Beste nach solch einer feinen Mahlzeit ist? Ein gutes Bad. Das Wasser in unseren Decken ist ausgezeichnet. Ja, jetzt... Jetzt sehen wir alle ganz normal aus. Ja, warum das denn? Ich habe wirklich nicht die geringste Ahnung, wovon ihr da sprecht. Unsere Speisen sind die besten im ganzen Reich. Vielleicht habt ihr irgendeine Krankheit von draußen mitgebracht. Ihr solltet euch in unseren Becken waschen. Sie haben eine ausgesprochen heilsame Wirkung. Also, Stibbons ist der Einzige, der hier irgendwie noch halbwegs menschlich ist. Passiert das nochmal, wenn ich nochmal was esse? Kann ich noch was essen? Nein, verstanden, ich hatte es nur neben. Aber ich kann nur nehmen, aber ich kann nichts mehr essen. Das ist natürlich schade. Dann kriegt das wieder raus. Das ist natürlich sehr interessant. Alles nur Skelette und wiederbelebte Dings. Das heißt, der Einzige, der hier wirklich lebt, ist Stibbons. Soll ich den mal stark an, dass da hinten ist Vater Haller? Ne, da ist Becken und da vorne ist Vater Haller. Die ist wahrscheinlich auch noch die Einzige, die hier auch noch lebt... Und die sieht mittlerweile auch ganz schön fertig aus, oder? Etwas an euch ist anders. Ich wusste es. Ihr habt hinter die Illusion geblickt. Nicht wahr? Ja, warte mal, ist das wieder die Dings? Die andere? Die, die wir schon in der Grube begegnen sind? Die Deremora? Ja, warum soll ich dich im Stibbons? Ich war an jenem Tag in Meridias Stadt, als sie nach Kalthafen versetzt wurde. Wie viele andere fand ich mich verloren und allein in der Wildnis wieder. Dann habe ich dieses Herrenhaus entdeckt. Als die Schwestern herausfanden, dass ich eine Dienerin Meridias bin, entschieden sie sich, mich auf immer da zu quälen. Ist er eine Frau? Das ist eine sehr interessante Frage, finde ich. Wie quälen sie euch? Die Schwestern finden es amüsant, wie ich mich angesichts ihrer Mahlzeiten winde. Aber Stibbons hat ein gutes Herz. Er verdient das Schicksal nicht, das sie ihm zugedacht haben. Die Schwestern hoffen, mich irgendwann auf ihre Seite zu ziehen. Doch das wird niemals geschehen. Mein Glaube ist zu stark. Oder ist sie so eine goldenes Wächterding? So was meinst du? Nuzara, Rayaima und Shayaifa herrschen hier nur durch den Einsatz von Täuschungen und Illusionen. Ihr habt die Illusionen durchschaut. Zumindest für einen Augenblick. Ihr seid anders als Stibbons. Ihr könnt ihn retten. Ausgezeichnete Salzsäure haben die da? Da bin ich ja mal gespannt. Also Stibbons ist nach wie vor quasi der einzige Mensch, der hier rumrennt. Man muss ja nicht unnütz hier laufen. Das ist ja vollkommen Quatsch. Aua. Richtig viel Schaden genommen. Das am Rücken vom Pferd. Gast des Gasthauses. Die liegen ja einfach nur durch da. Ist klar. Ja, den liegt man hier durch rum. Ach, da steht die nächste. Ach, meine liebe Shayaifa. Ihr seid noch schöner geworden, als ich fort war. Er war fort? Ja, erklär mal, was ist hier los? Das Herrenhaus ist alles, worauf ihr gehofft habt, nicht wahr? Schaut euch nur an. Ihr könntet wirklich ein Bad vertragen. Ja, dann weichen wir mal Stibbons ein. Oh, was für eine hervorragende Idee. Und ihr könnt euch gerne zu ihm gesellen. Um genau zu sein, bestehe ich darauf. Ich schlage aber vor, dass ihr euch erst am Bassin wascht, ehe ihr in das Becken steigt. Es enthält reinstes Wasser, das von unterirdischen Quellen erwärmt wird. Ah, ja. Und Stibbons, in der Tat, ja. Oh, wir sind uns in der kurzen Zeit, in der er bei uns ist, schon viel näher gekommen. Er ist ein solch faszinierender Mann. Ich hoffe nur, dass wir uns auch näher kommen können. Es bereitet mir so viel Freude, neue Freunde zu finden und neue Leute zu treffen. Also, irgendwie ist Stibbons ziemlich gut darin, von einer Falle in die nächste zu laufen, habe ich das Gefühl. Das irgendwie eine Money-Gag ist, den ich übersehe. Hey, da, hier ist wieder ein... Ach, das ist ja auch ein Vampir. Fällt mir gerade so auf. Oh, dann, du Lanya. Die lief vorhin schon immer mal rum. Die hat irgendwie eine... Ah, die ist viel kleiner als ich. Muhaha, ich bin einfach mal... Drei Köpfe größer. Muhahaha, ich bin so groß. Ach, was macht denn Fatsch der Halle hier schon wieder? Schiaifa will euch hintergehen. Wenn ihr auf mich hört und genau tut, was ich euch sage, werde ich euch helfen, hinter ihre Illusionen zu blicken. Und wie? Nehmt diese Reinigungsreagenzien und geht zu den Becken. Legt die Reagenzien ins Bassin. Das wird die Illusion durchbrechen und euch das Herrenhaus so offenbaren, wie es in Wahrheit ist. Sobald dies geschehen ist, schwebt ihr in tödlicher Gefahr. Den Schwestern ist es lieber, wenn ihre kleinen Häppchen rundum glücklich und völlig ahnungslos sind. Was, wie sie dir sagt, dass du Stingsten jetzt eine Schwulenzähne anleuern wollen? Ja, das Ding ist, eine Schwulenzähne könnte schwierig werden, wenn man weiblichen Schaus spielt. Äh, aber ich glaube, das tut meiner trockenen Haut nicht so gut, wenn ich jetzt ins Wasser gehe. Also mache ich das besser nicht. Ach, da vorne ist das Bassin, da muss ich ja durchs Wasser laufen. Ach, hallo. Wie soll man sich denn bitte schön an diesem komischen Bassin Feuer waschen, ohne durch das Wasser hier zu laufen? Waschbecken benutzen? Fluff. Ach, alles hell und weiß und... Ja, gut, die Skelette stehen hier immer noch rum und Dings und... Ach, Vater Haller ist auch ein... Ist auch ein... Ne, diesen... Ja, die ist auch so ein... Ne, ist nicht so... Ist auch so ein Drehmografie, oder? Hat es funktioniert? Ja, ich kann es an euren Augen sehen. Jetzt könnt ihr die Dinge sehen, wie sie wirklich sind. Lustiger Helm, sieht man damit auch irgendwas? Ihr könnt die Illusion jetzt durchschauen. Das ist meine wahre Erscheinung. Trotz all ihrer Macht konnten die Schwestern mir nicht wirklich schaden, solange ich Meridia diene. Ah, ja, und was mit Stippons? Stippons ging Hand in Hand mit Shiaifa ins Herrenhaus. Ich habe versucht, ihn zu warnen, aber er hat mich ignoriert. Ihr müsst ihn retten. Naja, dann versuchen wir das mal. Greif nicht, die Skelette mich an. Nö, ich stehe einfach nur so frum. Ah, das sieht doch auch witzig aus. Das hat ein bisschen was von Fallout, finde ich. Mit den ganzen Skeletten hier und alles, also... Oh, warte mal, mein Wafffutter nachgelassen, das ist ja dämlich. Ach, nur ja, da steht immer noch hier. Und, äh, Arf Card, fröhlich vor sich hin. Schön. So, kann ich mit ihr nochmal reden? Hallo Shiaifa. Ihr seht so angespannt aus. Ihr müsst euch ausruhen. Bitte genießt unsere Gastfreundschaft und lasst alle Sorgen hinter euch. Hm, die ist genau das gleiche Vieh, auch mit so einem komischen Helm, mit dem man wahrscheinlich überhaupt nichts sieht. Aber ich nehme einfach mal stark an, dass die Viecher nicht darauf angewiesen sind, tatsächlich irgendwas zu sehen, wenn es unbedingt sein muss. Stippons ist einfach einfach mit der anderen weggerannt. Das ist ja, äh, hochinteressant. Muss ich jetzt wieder hinterher... So, wenn ich den so oft aus den... Ah, erst muss ich den von so einer Zwielichtschwinge retten, jetzt das hier. Und ich ahne schon, dass er es noch schafft, irgendwie sich ein drittes Mal irgendwie in die Bedrohung zu bringen. Dann hopp, soll die Skelette tanzen. Das wird ja nicht immer witziger mit den Skeletten hier. Das hat wirklich was Groteskes, wenn die ganzen Skelette hier dastehen. Einfach nur sich irgendwie so unterhalten und miteinander reden und irgendwie so tun, als ob. Und vor allem die Skelette, die so tun, als wären sie besoffen. Weil der Ort an sich sieht ja nicht immer noch genauso, dass die ganzen Gebäude sind nicht fake. Was eigentlich der Beinung geteilt ist. Ja, viel besser, als wenn man die komplette Landschaft verändert hätte. Und nicht nur so ein bisschen das. Skeletzordaten, ach verdammt, Skeletzauberer? Ah, noch mehr Fleisch. Ist das ein... Sieht aus wie ein Dünnerspieß. Ist aber wahrscheinlich etwas Ähnliches. Uah, verdammt. Soviel zum Thema Überraschung im Moment. Renn nicht weg, du komischer Zauberer von mir. Ha, wie ich das geahnt habe, dass er gleich zuflagen möchte. Das Spiel würde sich übrigens erheblich einfach an der Außenperspektive spielen. Einfach, wenn man dann... Oh, ich glaube, ich muss den Joker-Cure, oder? Ja, weiß ich auch. So, oder gibt es hier noch was Schönes, was zu lesen? Oh, ich fand es eine kleine Schatulle. Seit wann macht ein Ofen so eine Geräusche? Die Festhalle? Oh. Findest du bei uns? Aber leider keine Unterlagen. Schade, dass sie dir doch nichts aufschreiben. Die Ursprünge der Beschwörung, bla, bla, bla. Pick mich, was? Bei Palin, eine Schaugeschichte. Die Bitte. Ich glaube, hier muss ich später erst hin. Wenn der Questfall, wenn der auch nicht hin zeigt, das... Ich spoilere mir wahrscheinlich nur, wenn ich da lang laufe. So, Stibons retten. Schön, dass ich jetzt gerade noch welche Skelettsodaten umgehauen habe. Ähm. Hm. Also richtig... Ach. Ja. Hallo, Skelettsodat, der jetzt sterben wird. Frag mich, was Stibons zu dem Thema sagt, wenn ich... Wenn ich auch mal sehe, wie diese Dinge richtig sind. Eigentlich überhaupt interessant, dass sie Soldaten haben. Im Prinzip müssten sie sich doch eigentlich... Lagerraum? Warum soll es denn... Ach. Stibons. Seht nur, was sie mir angetan haben. Shiaifa hat den Schlüssel. Sie hat ihn mit nach unten genommen. Ich bitte euch, besorgt den Schlüssel. Äh, höh. Könnte ich ihn nicht einfach hier rausbrennen? Aber interessante Gerätschaften haben sie hier aufgestellt. Kann ich sonst noch was mit ihnen sagen? Es war alles eine Falle. Wer tut so etwas? Ich habe meine Kleidung ausgezogen, um mich auf das Fest vorzubereiten. Und die Schwestern haben mich angegriffen. Sie haben mich in diesen Käfig geworfen und sind mit dem Schlüssel davongegangen. Und ich bin nackt. Äh. Tja, schade. Immerhin seine Unterhose haben sie ihn gelassen. Was? Inhaltsstehen? Das geht mittlerweile? Auch wenn er innen ein wenig russisch ist und diese polierte Kerze ist, die perfekte Größe, um meine kleine Schreibtikerze auszumachen. Aha. Stehen! Ihr habt jemanden bestohlen. Das Gesetz respektiert. Zeugen werden dafür sorgen, dass ein Kopfgeld auf euch ausgesetzt werden. Wachen werden gestohlene Gegenstände konfiszieren, sofern ihr nicht erfolgreich flieht. Ihr könnt gestohlene Gegenstände bei jedem Hehlern gesetzt. So, habe ich jetzt ein Kopfgeld auf mich drauf? Zählt Stibons wirklich als Zeuge? Okay, man kann jetzt scheinbar stehlen. Ich weiß zwar nicht, warum ich von D dran noch was stehlen kann, weil prinzipiell wäre der Mord an denen ja irgendwie das größere Verbrechen, aber naja. Man muss sich ja nicht hinterfragen, oder? So, ich werde dann mal in die Festhalle gehen, aber all das in der nächsten Folge, weil wir sind nämlich am Ende für heute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, wenn's dann wieder heißt, Elder Scrolls Online. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, wenn ich denn Shaya-Eva durchum haue. Tschüss!